Ich bin Corona-Sars-CoV-2 im ganzen Land bekannt. Hab früher zur Familie gehört, doch jetzt werd ich verdammt. Die Leute werden wegen mir eingesperrt, es tut mir im Herzen weh. Ich staune fest und frage mich, wie kann so etwas geschehen? Ich staune fest und frage mich, wie kann so etwas geschehen? Wir Wiren sind auf dem Planeten, schon lange vor euch da g'si. Haben zusammengelebt, viele tausend Jahre, jetzt soll das sein vorbei. Wir helfen euch auf manche Art, wir werden sie vergehen. Doch jetzt ist Weltkrieg gegen uns, es ist kein Beschwer zu verstehen. Doch jetzt ist Weltkrieg gegen uns, es ist kein Beschwer zu verstehen. Geht's eigentlich um Gesundheit hier oder ums verfluchte Geld? Ja, die Antwort liegt noch in der Luft, ich wünsche mir eine Welt, wo Klarheit, Liebe und auch Mut uns leitet jeden Tag. Das tut uns allen Wärli gut, ja das ist gar keine Frage. Das tut uns allen Wärli gut, ja das ist gar keine Frage. Wir haben verklärt, wie das Leben geht, auch sterben darf nicht sein. Wenn die Sicherheit bei Tag und Nacht, ja muss denn das so sein? Im Griff wollen wir gerade alles haben, wollen selber die Schöpfung sein. Wir sind jetzt auf dem Bundesplatz, stehen breit und friedlich da. Stehen die für die Grundrechte, die wir haben, die können wir nicht gehen lassen. Die Regierung hat am Anfang gewiss, viel Vorsicht walten lassen. Doch Fragenzeichen taucht auf, ist es jetzt echt über getan. Doch Fragenzeichen taucht auf, ist es jetzt echt über getan. Wie wäre es, wenn uns der Virus zeigt, wie ein Wandel könnte geschehen? Eine Meinungsvielfalt nebenan ist als bereichert zu sehen. Ja, jede Meinung hätte einen Kern von Wahrheit in sich drin. Doch jetzt sind viele Gräben da, das macht mir Sorgen, ja. Ein Altbraum hat mich besucht heute Nacht, fahrt Bürgerkrieg so an. Ich glaub, es ist Zeit zum Achtung geben, ein neuer Traum entsteht. Eine Schweiz, wo nicht mehr das Geld regiert, um das Wohl von allen geht. Eine Welt, wo nicht mehr das Geld regiert, um das Wohl von allen geht. Ja, das ist Zeit zum Achtung geben. Ja, das ist Zeit zum Achtung. Untertitelung des ZDF, 2020